Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part Coppercraw. So und ich habe hier die Leiter durch Scaffoldings ausgetauscht. Und heute machen wir mal folgendes. Wir gehen jetzt mit sechs Eimern, einem Bett, einem angeschlagenen Schild, einen Stack Happa Happa und zwei Fackeln zu einem Unterwassertempel. Was machen wir da? Den Raiden natürlich. Wollte ich schon die ganze Zeit machen, nur jetzt komme ich erst dazu. Das heißt, ich gehe hier in das Portal und wir sehen uns dann beim anderen Portal wieder. So, und da bin ich wieder. Wir sind jetzt hier in einem Gang, der abzweigt. Ach, erschreckt, ich mich habe. So, jetzt müssen wir ganz fix ins Portal latschen, dass dieses Vieh uns nicht sieht. Da wird Vieh... Oh, war das knapp. Ghast. So, da war ich übrigens auch schon. Habe ich schon geradet. So, und hier ist ein Unterwassertempel. So. Haben wir hier eine Ruhe? Ne, haben wir nicht. Aber wir stellen unser Bett jetzt hier hin. Ja, wir stellen jetzt unser Bett hier hin. Und zwar direkt hier hin. Das ist jetzt hier unser Respawn-Punkt. Und dann würde ich sagen, ich fange mal an, den Tempel aufzumachen. So. Ich habe hier einen Schutz-Helm, einen Atmung-2-Helm. Das heißt, ich habe keine Türen und so dabei zum Atmen. Ist aber auch nicht so wichtig. So. Wir gehen zu dem Tempelchen hier. Und wir haben direkt schon Mining-Vertig bekommen. Nice. Ich buddle mich jetzt erstmal natürlich hier rein. Und irgendwie interessiert meine... Und schon sind wir beim Elder Guardian. Egal, den klatschen wir jetzt erstmal. Eigentlich am liebsten würde ich den klatschen, bevor er mich killt. Oh je, das geht schon ordentlich. Äh. 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 Ja, ich werde hier gleich ersaufen. Hilfe. Ich will nicht ersaufen. Als bekannter Trick. Äh. Ich habe schon wieder Mining verdient. Kritik. Ich stelle mich erstmal hier hin. Äh. Ich brauche kurz was zu futtern. So. Jetzt... Jetzt... habe ich... wieder viel zu wenig HP. Es ist ultra nervig. Ähm. Ich versuche es mal ohne zu sterben. Okay. Einen habe ich geklatscht. So. Äh. Ja, nein. Nein, 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 nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Definitiv nicht gut. Definitiv nicht gut. Ich muss mich jetzt erstmal regenerieren. Das heißt, ich muss diese nervige Mining Fatigue da wegkriegen. Und außerdem muss ich auch mal was essen. Äh. So. Das heißt, ich brauche nochmal fix einen Eimer. Mit... Milch. Huch. Hallo. Ach so. Verstehe. Ja, äh... Nein. Türe ich nicht. Aber egal. Ähm. Jetzt kann ich hier ein bisschen was abbauen. Und kann mir so eine Art Luftblase erstellen. was ich tatsächlich jetzt auch vorhabe zu bauen heißt ich gehe mal kurz hier rein und wir sehen jetzt im moment nichts jetzt sehen wir wieder was so so erst mal regenerieren so regen ist wichtig ich hätte vielleicht goldene karotten einpacken sollen okay dann warum habe ich jetzt schon wieder so ich habe meine fertig ich habe aber nur noch vier einmal ich habe nur noch drei einmal so dann würde ich sagen suche ich mir mal den nächsten ähm ähm älter garien da ist er hey kumpel ich habe gehört du willst mir meinen fertig geben und ich dich killen so nummer zwei äh wo kam ich jetzt da definitiv nicht ich muss wieder zurück nach hier oben ich muss wieder zurück ich muss wieder zurück ich muss wieder zurück ich muss mich wieder regenerieren bevor ich wieder sterbe äh ach herrje so ich habe wieder meinen fertig für vier minuten äh ja nein es ist dunkel es ist dunkel ich brauche Essen Regeneration ist ja wichtig äh ach stimmt ich ich muss ja erstmal Milch trinken na 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 so kriege ich die Fackel und so weit und so fort äh so dann hier nach unten du interessierst mich gerade mal gar nicht ich suche nämlich was anderes und zwar suche ich den anderen Elder Guardian ähm ich werde hier definitiv mächtig Probleme kriegen das sehe ich jetzt schon mal abgesehen von den offensichtlichen Problemen äh ich brauche mal wieder Steine um mich hier fix mal einzubauen damit ich mich regen kann ich will ja nicht ersaufen so ähm ja 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 das ist keine schlechte Idee so äh meine Fatigue haben wir gerade auch keine heißt wir können hier entlang weiter ähm hab ich Nanu hab ich mich verguckt oder ist das der Elder Guardian ich meine ich hätte äh ne ich meine ich hätte einen Elder Guardian hier äh gesehen warum dauert das so lange ups äh äh das ist nicht so klasse ich muss kurz meine äh äh Luftbläschen wieder auffüllen das dauert mir zu lange das dauert mir zu lange so ähm ich weiß doch dass ich hier einen Elder Guardian äh eine Elder Guardian Flosse gesehen habe seltsam egal egal ähm oh 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 nicht gut nicht gut nicht gut wir müssen uns mal wieder hier hinstellen und raggen und ja das gefällt mir genauso wenig wie euch aber es muss leider sein ähm ähm Aua Aua Gemeinheit äh huch ich hab nur noch neun Fackeln Nanu wo sind denn die anderen ich ich geh am besten erstmal wieder zurück äh zu dem Ding hier und rag mich hier es ist vielleicht besser ähm wenn ich das mache und ich sollte vielleicht nicht ich hab schon wieder Abbaulähmung ich hab nicht mehr viele von diesen Dingern übrig am besten ich trink den jetzt ich schnapp mir die Fackel ich schnapp mir das und schwimme hier entlang mhm er muss ja hier irgendwo sein ähm der äh Elder Elder1 CE also Guardian этот Guardian nun aber die such ich nicht da ist noch ein Guardian da ist er doch Hi, 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 hi. So, äh. Ich werde definitiv irgendwann mal durch das Trinken sterben. Definitiv werde ich das mal. Hoffentlich nicht jetzt. Äh. Tut mir leid, ich brauche die Säule da. Ich möchte mich bitte regenerieren. Darf ich? Danke. So, und Regeneration. Damit hätten wir das schon gemacht. Damit hätten wir die drei Viecher gecleared. Heißt, wir können jetzt wieder den bringen. So. Ganz regeneriert bin ich noch nicht. Äh. Ja. Ich denke mal, das hätten wir dann in diesem Fall geschafft. Und in der nächsten Folge, da, äh, gucken wir uns noch den Rest von diesem Vieh hier an. Beziehungsweise, was weiß ich, Vieh. Da werden wir den Rest von diesem, äh, Tempel mal unter die Lupe nehmen, würde ich sagen. Ja. Und ich sage, bis zum nächsten Video, beziehungsweise Part, und tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.